hallo ihr lieben ich schon wieder ich möchte euch heute noch eine neue lampe zeigen und zwar unsere himalayan salt pink das ist ein echtes naturprodukt ich zeige euch erst einmal den aufbau von der lampe sie kommt in einem ultraschweren karton als ich ihn ausgepackt habe wusste ich warum also deswegen jetzt nicht aber das ist der aufbau von der lampe das ist der fuß hat hinten den ein und ausschalter hat eine 25 watt glühbirne ich baue sie euch auch gleich zusammen natürlich damit ist sie auch leuchten seht dann kommt der himalaya salzstein hier drauf ich zeige ihn euch mal echtes naturprodukt ihr könnt in der schimmert auch so ein bisschen oder funkelt ich finde es total cool der hat eine schmale seite die kommt nach unten und oben wo die glasschale mit dem wachs reinkommt das sieht so aus und das wird dann einfach auf die glühbirne gestellt auf der ach so dass das könnte ich euch noch eben zeigen das ist nämlich echt interessant oder gut zu wissen dass auf dem fuß hier eine so eine mosgummimatte drauf ist wenn ihr den stein drauf stellt damit euch das nicht das in das holz kratzt genau also ihr packt das praktisch aus stellt den fuß mit der glühbirne hin stellt diesen stein da drauf so rum dass die breitere seite oben ist und zwar so wie euch das gefällt also ihr könnt ihr drehen und wenden wie ihr möchtet so dass ihr sagt auch die seite gefällt mir das möchte ich gerne vorne haben dann macht ihr das einfach die glasschale steht auch wieder hier die vier drauf das heißt bis zu vier wachswürfel können rein ohne dass die lampe überläuft so jetzt zeige ich ihn euch erst einmal ausgeschaltet ups hat sich die time to reflect eingeschlichen das ist der himalayan salt pink wenn er aus ist und ich glaube ich brauche wieder beide hände um ihn anzumachen nein hat eine gereicht und das ist er wenn er an ist ich finde ihn super schön und ihr könnt ihn wie gesagt einfach drehen welche seite euch eben am besten gefällt ich finde ihn jetzt so eigentlich ganz cool und so kann man ihn stehen lassen genau oben kommt das wachs rein mit eurem lieblings duft natürlich und das ist meine handinnenfläche genau das ist die himalayan salt pink finde ich super schön aktuell könnt ihr noch zehn prozent sparen im ganzen februar schaut auf sichereduftlampen.de was wir da noch für schnäppchen für euch haben auf die ganze katalogware oder fast auf die ganze katalogware gibt es diese zehn prozent noch bis zum 29.2 und ich zeige euch noch eben mal ein cotton cleanup die sind nämlich auch nur noch bis ende des monats verfügbar dann kommen kleinere finde ich eigentlich ganz cool weil die dann auch in die mini duftlampen passen wenn ihr wachs in der lampe habt ich habe auch eins vorbereitet ich gucke mir gerade in welcher land in der golden meadow habe ich das wachs vorbereitet ich bin zu schnell ich gucke mal eben ob ich noch ein anderes habe was schneller geschmolzen ist ich nehme euch mit auf die reise durch meine lampen nein auch nicht sehr schön habe ich wieder gut gemacht macht nichts dann warten wir noch kurz ich würde euch nämlich noch gerne zeigen wie er super einfach mit diesem cotton clean up hat das wachs aus den lampen bekommt nein ich habe das habe ich tatsächlich da unten nichts drin gibt es ja gar nicht hätte ich jetzt nicht vermutet aber das me ich glaube aber es geht schon bei der einen kann ich euch das so zeigen und so habe ich jetzt das flüssige wachs hier drin in der schale ist natürlich auch super wenn ihr euch das so zeigt ihr nämlich gar nichts seht ihr das ist noch ein ganz kleines stück drin und ich habe das jetzt extra warm gemacht weil ich das mit euch wechseln wollte ihr nehmt dann einfach ein cotton cleaner pad ihr seht das hoffentlich gut legt ihn hier drauf wartet ganz kurz und dann ist eure lampe moment das ist wieder der vorführeffekt so noch ein stück drin dann habt ihr das wachs hier drin im cleaner pad das legt ihr umgedreht einfach in den schrank wartet bis es trocken ist der nimmt euch nämlich bis zu vier würfel auf wenn er voll ist irgendwann schmeißt dann den müll aber so habt ihr eine super saubere sache um das wachs zu wechseln also ich finde es mega praktisch und die kommen auch wie gesagt jetzt noch mal in der größe kleiner für die mini duftlampen die könnt ihr dann auch für die großen hernehmen sind kleiner kosten auch nur noch die hälfte weil sie auch nur noch zwei würfel aufnehmen könnt ihr für die großen aber auch nehmen was noch alles im neuen katalog kommt das verrate ich euch später ich wünsche euch einen wunderschönen nachmittag passt auf euch auf ich verdufte tschau